Das Mysterium Rentenbescheid. Unsere Videos zum Thema Rentenbescheid. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Rentenerhöhung zum 1. Juli steht ja kurz bevor. Die Fieberkurve steigt sozusagen und wir vom Team Rentenbescheid24 halten jeden Tag Anfragen zum Thema Rentenbescheid, prüfen. Und diese vielen Anfragen haben wir uns einfach zu Herzen genommen und haben uns gesagt, okay, dann machen wir das einfach mal. Und Sie sehen es ja schon im Hintergrund. Hier haben wir schon mal so einen Rentenbescheid für Sie vorbereitet, extra für Sie ausgedruckt, dass man das dann auch mal im Großen sieht. Wir werden Ihnen dann anhand eines solchen Rentenbescheides im Detail vieles erläutern. Und damit Sie auch dieses Mysterium Rentenbescheid dann mal wirklich besser verstehen können und dann vielleicht schon mal die ersten Prüfungen selber machen, damit Sie also sozusagen, wenn Sie den Rentenbescheid bekommen, nicht verzweifelt sind und den in die Ecke schmeißen und sagen, ich verstehe den sowieso nicht. Hier mal eine ganz kleine erste Übersicht. Und da geht es also zum Beispiel um das Thema, verstehen Sie Ihren Rentenbescheid überhaupt? Dann sagen wir Ihnen, was auf den ersten Seiten des Rentenbescheides überhaupt draufsteht. Welche Informationen Sie hier schon rausziehen können. Oder ob Sie zum Beispiel gegen einen Rentenbescheid unbedingt Widerspruch einlegen müssen. Wir werden Ihnen dann auch erklären, wie zum Beispiel die Anlagen zu dem Rentenbescheid aussehen, wie die heißen, ob die nummeriert sind und so weiter und so fort. Und all das werden wir Ihnen detailliert erläutern. Wir glauben, dass für Sie, für jeden von Ihnen etwas dabei sein wird. Und Sie werden von unseren jahrelangen Erfahrungen profitieren in den tausenden Beratungsgesprächen, in den vielen Rentenbescheidsprüfungen, die wir gemacht haben und werden Ihnen da einiges offenbaren. Bleiben Sie einfach dran. Das nächste Video zum Thema Rentenbescheid folgt bestimmt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.